Ein unvergessliches Erlebnis. Dieses Spiel heute Abend wird in die Geschichte eingehen. Die Mission vierter WM-Titel beginnt. Da ist Hügelis! Und er trifft diesen Pfosten. Aber das ist Wille, das ist Leidenschaft. Und er ist drin. Clarenzi! Das ist Dasein zum Abseits! Abseits, das ist Abseits! Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Maria Götze! Wir sind Weltmeister! Wir feiern jetzt 24. Das war Weltmeisterparty mit euch! Dankeschön, Frankfurt!